Der BitTorrent Token ging in den letzten Tagen und Wochen absolut durch die Decke. Im heutigen Video sage ich euch, warum das Ganze passiert ist und ob die Rallye so weitergehen wird. Viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen, YouTube, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute geht es noch einmal um den BTT, den BitTorrent Token. Ja, ich hatte bereits vor zwei Wochen ein Video über den BitTorrent Token gemacht, auf das wir heute auch nochmal kurz eingehen werden. Ich verlinke euch das Video hier oben, schaut dort gerne vorbei. Ich werde heute nicht auf den Token an sich eingehen bzw. deren Funktion, solltet euch das interessieren, schaut euch gerne das Video an. Heute geht es um die News und um meine Meinung, warum der Kurs sich so entwickelt hat und was wir in Zukunft von dem Kurs zu erwarten haben. Bevor das Ganze startet, möchte ich mich natürlich sehr herzlich bei euch bedanken. Ihr seid einfach die Heftigsten. Ich liebe es einfach eure Kommentare zu lesen und eure Bewertungen zu sehen. Wenn ich ein Video hochlade, geht das immer so schnell durch die Decke und ich bin einfach unendlich dankbar dafür. Falls ihr mich auch weiter in Zukunft supporten wollt, dann bewertet gerne weiter in meine Videos, kommentiert sie für den Algorithmus und abonniert gerne kostenlos meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Aktiviert gerne ebenfalls die Glocke, damit ihr immer sofort über ein neues Video informiert werdet. Fangen wir direkt an und nehmen Bezug auf mein letztes Video, was vor knapp zwei Wochen veröffentlicht wurde. Ich habe hier meinen Screenshot eingeblendet, in dem man ganz gut sieht, welchen Kurs ich damals angestrebt hatte bzw. welcher in meinem Video angezeigt wurde. Dort sehen wir einen Kurswert von 0,001388 Eurocent. Ich hatte kurz vor diesem Kurs bereits selber gekauft. Vergleicht man den Stand aus dem Video mit dem heutigen Stand und dieser Coin ist sehr volatil. Wir haben 70-80% Performance an einem Tag teilweise gemacht. Also das, was ich hier euch zeige, ein Kurswert kann schon das Dreifache sein. Es kann aber auch nur noch ein Drittel davon sein. Wir haben einen Kurswert von ca. 1 Eurocent, was im Vergleich zu meinem letzten Video eine Steigerung um knapp 680% ist. Ich hoffe, dass ich einige von euch auf den BitTorrent Token aufmerksam machen konnte und einige von euch mit eingestiegen sind. Das Ganze ist natürlich, wie gesagt, keine Anlagenberatung. Auch das heutige Video ist natürlich keine Anlagenberatung. Nur sollte man damals eingestiegen sein, dann habt ihr auf jeden Fall fett was mitgenommen. Ich habe ja bereits schon kurz vor dem Video investiert. Bei mir ist es ja nun mal eben so, dass ich mir für meine Videos relativ viel Zeit nehme, viel Zeit investiere. Also 6-7 Stunden brauche ich bestimmt für ein Video, die Informationen rauszusuchen, das Video zu schneiden und so weiter. Und da ich momentan auch selber noch Vollzeit arbeite im Schichtsystem, ist das nicht ganz so einfach. Ich sehe auch jetzt aus, als hätte ich vom Osterhasen eine reinbekommen. Ist gar nicht so gewesen. Ich hatte nur Nachtschicht am Wochenende. Ist aber jetzt auch egal. Springen wir weiter auf den Kurs. Ich habe halt zum Anfang des Videos mich über BitTorrent informiert und habe selber auch in BitTorrent investiert. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz mal an. Ich habe dort nämlich eine Performance von über 1000% mitgenommen. und stehe momentan bei einem Wert von ca. 564 Euro. Das Ganze aus investierten 50 Euro. Ja. Ich rate euch immer dazu, nicht zu viel in eine kleine Kryptowährung zu investieren. In diesem Fall war es von mir natürlich jetzt ein wenig Potenzial, was ich da dort verloren habe. Ich habe damals immer in Tranchen in 500 Euro investiert. Das war 2017. Dort bin ich aber gut auf die Schnauze geflogen. Deshalb habe ich jetzt meine Tranchen deutlich weiter runtergesetzt. Ich habe einfach mal spaßeshalber 50 Euro investiert. Genauso wie ich 50 Euro in einige andere Kryptowährungen investiert habe, die ich hier bereits vorgestellt habe. Ja, BitTorrent ging halt durch die Deko und ist jetzt über 550 Euro wert. Was natürlich eine extrem krasse Performance ist. Wenn man sich mal überlegt, hätte ich so wie ich es damals gemacht habe 500 investiert. Ja, dann wären es jetzt knapp 6000. Ist natürlich heftig. Aber jetzt schauen wir uns an, warum das überhaupt dazu kam. Doch bevor wir das machen, schauen wir uns den aktuellen Stand an. Ja, der BitTorrent steht zum jetzigen Zeitpunkt, das heißt zum 05.04.2021 auf Rang 11 der Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von ca. 10,5 Milliarden Euro. Handelbar ist er auf den meisten großen Exchanges, so wie Binance, Ubi Global, BitHump, Qcoin, Bittrex, Poloniex und OKEX. Es gibt auch noch zahlreiche anderen Börsen, auf denen der Coin handelbar ist bzw. der Token. Schaut gerne auf CoinMarketCap vorbei. Dort findet ihr unten immer eine Liste zwischen den beiden Handelspaaren, die dort zur Verfügung stehen. Um nochmal kurz auf ein Thema einzugehen, was sehr interessant sein könnte. Wofür steht der BitTorrent Token? Wofür benötigt man ihn? Ja, BitTorrent ist ja nun mal eben eine Peer-to-Peer-Anwendung für die dezentrale Speicherung von Daten bzw. ebenfalls auch für den Austausch von Daten. Wofür benötigt man jetzt wirklich diesen BitTorrent? Ja, der BTT-Token wird genutzt, um einige Services von BitTorrent nutzen zu können. Des Weiteren kann man sich mithilfe des BitTorrents eine höhere Brandbreite bzw. eine schnellere Downloadgeschwindigkeit quasi kaufen. Er dient quasi als Zahlungsmittel zwischen den Leuten, die Speicherplatz zur Verfügung stellen bzw. die das System zur Verfügung stellen und den Leuten, die das System dann im Endeffekt nutzen. Ist also ein allgegenwärtiges Zahlungsmittel auf der BTT-Plattform. Ich habe hier mal zwei, drei große News rausgesucht, die ich jetzt gefunden habe. Die aktuellste ist gerade einmal sieben Stunden alt, soweit ich weiß. Ich versuche euch, wie gesagt, immer so schnell wie möglich zu informieren. Deswegen aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer direkt Bescheid wisst. Ja, meine Informationen, die jetzt kommen werden, ist eine Zusammenfassung aus den beiden Quellen. Finden sich natürlich in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne selber vorbei. Zum ersten Punkt, und das ist wohl meiner Meinung nach der größte Auslöser für den momentanen Hype von BTT, sind die Werbemaßnahmen auf Binance, die vom 20. März bis zum 26. März stattgefunden haben. Dort wurde der BTT-Token in drei Phasen quasi beworben. Ja, der erste Punkt war für Neukunden ausgerichtet. Dort haben Neukunden eine Kryptowährung, darunter halt auch BTT, im Wert von 10 Dollar geschenkt bekommen. Wichtig dabei, eine Auszahlung findet nur statt bzw. ist nur möglich, wenn das Gesamtdepot bzw. das Gesamtwallet einen Wert von 3 Bitcoin hat. Bei einem momentanen Bitcoin-Wert von, ich weiß nicht, knapp 50.000 Euro wäre das also ein Gesamtdepot-Wert von 150.000 Euro, was natürlich heftig ist und eine ganze Menge, um sich das Ganze dann dementsprechend auszuzahlen. Ja, Punkt 2 war eine Art Wettbewerb, bei dem es darum ging, wer das größte Handelsvolumen von einigen Kryptowährungen bzw. Torens ist, darunter der TAX, WIN, eben BTT, JST oder SUN. Wer am meisten gehandelt hat, hat nun mal eben an diesem Wettbewerb mitgemacht und bekam noch zusätzlich immer wieder Bonis. Im Punkt 3 wurden Trader, die ein Trading-Volumen von über 30.000 US-Dollar hatten, in einen Lostopf geworden. Aus diesem Lostopf wurden dann 100 Gewinner gezogen, die jeweils nochmal 500 US-Dollar im Wert von Tokens zugesprochen bekommen haben. Solche Werbemaßnahmen können natürlich sehr erfolgreich sein, wie man in diesem Fall nun mal eben gesehen hat. Das Ganze wird natürlich auf Social Media sehr, sehr viel verbreitet. Ich meine, es gab dort viele Gewinner, die dementsprechend viel über BitTorrent gepostet haben, was ein Momentum angetrieben hat, was das Wachstum richtig exponentiell nach oben gesqueesed hat. Dann kam noch eine Marketing-Kampagne von Hubie dazu, die findete vom 19. März bis zum 3. April statt. In dieser Marketing-Kampagne waren nur der TRX-Coin, also der Tron-Coin und der BTT-Token handelbar. Kleiner Side-Fact, die Technologie hinter BTT basiert ja auf dem Tron-Netzwerk, deswegen sehen wir die ganze Zeit immer wieder Tron und BTT zusammen. Bei der Marketing-Kampagne wurden ebenfalls sehr hohe Preise ausgegeben. Diese beliefen sich auf ca. 100.000 US-Dollar. Dieses Mal war für die Platzierung ein Spot-Trading-Volumen entscheidend. Platz 1 bekam hierbei, und das ist wohl eins der Punkte, die extrem auf Social Media dadurch gepumpt wurden, Platz 1 bekam einen brandneuen Tesla Model Y im Wert von 50.000 US-Dollar. Des Weiteren wurden noch 49 andere weitere Plätze ausgelost bzw. durch Gewinne ausgeschüttet und belohnt. Wie gesagt, die Preise beliefen sich dabei auf ca. 100.000 US-Dollar. Kommen wir auch schon zu meiner letzten Folie. Das waren eigentlich so zwei signifikante News, die halt in den sozialen Medien extrem hochgepusht wurden. Wir haben aber ja trotzdem allgemein schon vor diesen Werbeaktionen einen guten Anstieg in BitTorrent gesehen. Grund dafür könnte auch der momentane NFT-Hype sein, weil NFT, diese digitale Kunst, ist ja quasi einer Person zugeschrieben. Und NFTs sind in den letzten Wochen, wie ich bereits gerade gesagt habe, extrem in die Höhe geschossen. Dadurch haben viele Leute viele NFTs mit viel Wert. Und da man diese NFTs natürlich möglichst sicher speichern möchte, bietet BitTorrent da natürlich eine super Möglichkeit, seine Daten dezentral zu speichern. BitTorrent ist wie gesagt seit 2011 am Markt, hat daher schon eine große Kunden- und Vertrauensbasis, wie ich bereits in meinem anderen BitTorrent-Video vorgestellt habe. Es soll BitTorrent momentan schon ca. 2 Milliarden Nutzer haben, was einfach unnormal viel ist. Kommen wir nun zum Ende meinem Fazit und der Analyse. Also ganz wichtig, das hier ist keine Anlagenberatung. Ich würde euch niemals raten, einen Coin unbedingt zu kaufen oder zu verkaufen. Alles, was jetzt folgt, ist meine eigene Meinung, aufgrund von dem momentanen Chart und meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich bin aber auch kein Ultra-Trader. Ich habe natürlich auch schon viele falsche und viele blöde Trades getroffen. Ich meine, hätte ich nicht nur 50 Euro investiert, sondern vielleicht 500 oder 5000, ja, dann würde ich jetzt sagen, ab in Urlaub. Aber wie gesagt, ich möchte trotzdem meine Meinung und Erfahrung hier mit euch teilen. Also einen so extremen Kursanstieg habe ich selten gesehen, beziehungsweise selten bis zu einer so hohen Platzierung. Ja, natürlich hat man teilweise sehr starke prozentuale Steigerung, wenn ein Token oder eine Kryptowährung im Wert von 50.000 US-Dollar auf vielleicht 2 Millionen US-Dollar steigt. Ja, das ist eine krasse prozentuale Steigerung, aber mit BitTorrent hatten wir schon ein sehr starkes Fundament. Wir hatten schon eine relativ hohe Marktkapitalisierung und einen solchen Wachstum aufgrund, beziehungsweise aufgrund Basis einer solchen Marktkapitalisierung ist meiner Meinung nach extrem heftig. Ja, das freut natürlich alle Investoren. Wir alle haben jetzt ein fettes Grinsen im Gesicht und freuen uns, diese übertrieben hohe Zahl zu sehen. Wir dürfen uns davon allerdings nicht so weit blenden lassen. Wir müssen uns immer im Klaren darüber sein, dass das natürlich momentan ein ziemlicher Hype ist. Durch Social Media etc. wurde der ganze Kurs meiner Meinung nach richtig gescreased und nach oben geschossen, nach oben gedrückt und nach oben gepumpt. Viele Investoren sind da einfach mit rein und haben einfach jetzt große und schöne Prozente mitgenommen. Ja, jetzt stehen sehr viele Leute sehr grün da und ich könnte mir vorstellen, sobald der Kurs dann etwas stagniert, werden einige Leute ihre Gewinne mitnehmen wollen. Was dann dementsprechend zu einem Abverkauf führt, weil dann andere Leute sehen, oh manche Leute verkaufen ihre Gewinne. Sollte ich auch verkaufen? Sollte ich auch verkaufen? Okay, ich verkaufe auch. Und das könnte zu einem Crash führen. Seid euch darüber im Klaren, ich persönlich würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in BitTorrent investieren. Ich hätte aber auch bei einem 600%igen Anstieg nicht mehr in BitTorrent investiert und danach ist trotzdem noch eine Vervielfältigung des Coins aufgetreten. Wie gesagt, do your own research. Hört euch niemals nur einen Typen auf YouTube an und trefft aufgrund Basis dessen eure Kaufentscheidung. Also um das Fazit nochmal zu sagen, BitTorrent wurde extrem gescreased, hauptsächlich meiner Meinung nach durch diese Marketingaktionen, die offensichtlich sehr sehr gut verlaufen sind. Allerdings hat BitTorrent meiner Meinung und meines Wissens nach nicht jetzt irgendein riesiges fettes Update rausgebracht, was dann einen so extrem hohen Preisanstieg gerechtfertigen würde. Es kann sein, dass BitTorrent in der Platzierung da oben circa auf Rang 11 bleiben wird. Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn wir bald erstmal einen stärkeren Abverkauf von BitTorrent sehen, weil es ist nun mal eben so, viele Leute haben viele Gewinne mitgemacht und viele Leute realisieren ihre Gewinne. Ich persönlich werde meinen BitTorrent nicht verkaufen, allein schon aus dem steuerlichen Aspekt. Ich halte meine Kryptowährung eigentlich immer über ein Jahr und verkaufe sie nur sehr sehr selten. Ich habe damals 2017 meine ersten Ethereum gekauft, die ersten glaube ich für 160 Euro. Selbst die habe ich heute immer noch. Schlussendlich bleibt zu sagen, do your own research. Ich hoffe es konnten von euch einige fette Gewinne mit dem. Falls das der Fall ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich für den Support bei euch und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao meine Freunde.